Hallo Nachbarn. Willkommen zurück zu Max Payne Teil 3. Wir sind bei den Söldnern. Terroristengruppe. Whatever. Alles umbringen. Ziel des Spiels. Alles umbringen. Alles mit Style umbringen. Ich nehme einfach mal an, ich muss da drüber klettern. Aber ich will erstmal gucken. Erstmal gucken, vielleicht gibt's da noch irgendwas cooles. Nee. 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 Hey-ho. Let's go. War hier noch irgendwas? Nö. Da gibt's Motoren. Da gibt's Fässer. Ich hatte keine Ahnung, was vorliegt. Und so viel als ein Teil von mir wäre, würde ich lieber irgendwo anders sein. Ich wusste, dass das, wo ich hätte sein müssen. Ich fühlte mich responsablich. Ich musste die Situation einfach hier fixieren. Zu gedröhnt und voller Selbstmitleid. Max ist voll im Arsch, ey. Da ist nichts. Hoba. Hui. Ich wusste, wie du siehst. Ich wusste nicht, aber ich musste sie nicht. Die Schicksale sind gleiche, von hier zu Timbuktu. Ok, bring ich die jetzt um, oder? Oh mann, oh die kommt in meine Richtung, scheiße, scheiße, ach das war total bescheuert ey, hab doch hier so ein, oh, voll versaut, oh Leute, was hab ich denn in Schali, na komm, mal pillen, hmmm, ah, guck mal an, hihihi, hätt ich das mal gemacht, ah, na komm, lad nach, schön, Ich glaube, das Zentrum der Maze war in dieser Richtung. Ich habe mich immer nach den Signen der Leben gehalten, um sie rauszuhren, als ich weitergegangen bin. Ich habe genug gesehen, dass die Fabianne zumindest nicht so gut war. Sie sahen nicht so, dass sie das Kind und Gendel-Type waren. Ich musste das Ruhm schnell finden. Ich glaub, der will ne Zigarre. So wie eine saublöde Scheißidee. Oh, das ist der Weg. Oh, der ist weg. Scheiße, ja. Oh, ist das? Nee, brauchen wir nicht. Blöde Revolver, ey. Oh. Ja, geil. Das war wieder sau bescheuert. Oh, ja. Alter! Oh, ja. Ich sehe dich. Komm her. Komm her, komm. Hier, komm! Komm her! Ja, komm! Oh, neö! Ach, Leute. Es ist aber auch gemeint, dass es genau eine Sequenz hier startet. Entschuldigung, ich muss so sein. Ja, geil. Ja, geil. Oh, oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Woaah! Oh my god! 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 Uh, schon wieder so gut getot! Okay Leute, los geht's! Los gehts! Oh man, oh man, oh man, oh man! ich habe den kopf weg platzt man nachher kommen ach mex schon scheiß leben irgendwie ja komm rein da fuck du schweine ja ja ich beeil mich ja hier war doch irgendwas kameran war schon sind der ihre tasche hallo hallo alles nachgeladen alles nachgeladen da ich habe zwei löcher im arsch da 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 Was war das denn gerade? Mh, machen wir noch nicht. Erst gehen wir nach oben. Serrano hat Fabiana durch die Garage-Tür. Ich musste einen Weg finden, um es zu öffnen. Äh, die goldenen Waffen. Äh, wun? Hä? Hä? Ja. Besser so. Pow! Scheiße. Hallo? Hallo? Oh Oh Eieieiei. Ich will auch Granaden. Was ist die Aushalten? Komm ins Popöchen. Ja, in die Hand geschossen und schwebt da. Was ist das? Geil. Ultrageil. Okay, sorry, ich muss erst mal nach unten gucken. Hopp. Ja, Schmerzmittel. Okay. Serrano was reading his reviews, vain chump. The newspaper was plastered with the news of the first kidnapping attempt. Okay. 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 Scheiße. Jetzt tausende, ey. Hurra. Ich bleib einfach hier oben. Ich bin sicher. Ach man ey. Hopp. Ich bin sicher. Hier muss ich drauf unserer eh. Wenn ich mich nicht schwebt. Ich bin nicht schwebt. Ich bin nicht schwebt. Ich bin nicht schwebt. Dann sind sie über den Kursken. auch komm ich war doch hinter der mauer da okay nachbarn wir sehen uns hoffentlich im nächsten bad bis dahin macht's gut